Heute ist es zum ersten Mal seit bestimmt 20 Jahren so, dass ich mich auf was so wahnsinnig freue wie damals auf die Bescherung. Es ist natürlich alles total super, 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 super aufregend. Als wäre es das erste Mal, dass man über den roten Teppich läuft. Ich habe mir jetzt alles irgendwie größer und besser vorgestellt. Ich habe mir auch einiges größer bei dir vorgestellt. Es geht ja darum, dass zwei Jungs sich erinnern, was sie als Kinder oder Jugendliche für Sehnsüchte hatte und holen das nach. Die haben sich seit 30 Jahren nicht gesehen, treffen sich auf der Beerdigung ihres Vaters wieder, dann suchen sie betrunken ihre Mofas, finden sie und setzen sich einfach drauf und fahren los. Das Schöne ist ja bei Geschwistern, dass man sehr unterschiedlich ist und sich trotzdem über alles lieben kann. Und Familie ist was, auf das kann man sich besinnen. Die Familie kennt dich von Anfang an, vom ersten Atemzug an. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit ganz wichtig. Und das Schöne ist, dass wir bei mir und Bjarne inzwischen ein brüderliches Verhältnis zueinander haben und uns gefunden haben. Und da sind wir sehr dankbar. Wir teilen alles, sogar das Mikrofon. Die beiden zusammen, ich glaube, das wird einmal der Knaller. Wir haben einen Sommerfilm gemacht mit guter Laune, mit ganz tollen Schauspielern, unter anderem auch mit Lars Eidinger. Es ist was fürs Herz und was zu lachen. Finde ich ganz, ganz toll gelungen. Ich glaube, dass der auch sehr berührend ist. Also mehr geht wirklich nicht. Geht ins Kino und dann viel Spaß beim Film. Seid doch gedummt! Schrei mir nicht so an! Regisseur, Drehbuchautor Oli Ziegenbalk und Markus Goller. Hat's euch gefallen? Wir bedanken dir wirklich so sehr, dass du an den Film glaubst. Rotam, Wilke Möhren. Jella Hase. Alex, Maria Lara. Jördis Triebel. Euer Mut, eure Liebe zu den Figuren und euch gegenseitig. Geben dem Ganzen hier das Herz und die Seele und die Sonne. Danke für diesen Film. Ich liebe euch. Das ist tatsächlich das neue Traumpaar. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, den beiden auf der Reise irgendwie zu folgen. Tolle Schauspieler, ist total lustig, bis hin zum Lachanfall. Das ist rasant erzählt, das hat Tempo, das ist lustig. Ich glaube, das ist schon so ein Ding, wo man während des Films denkt, boah, das würde ich auch gerne erleben, was die da gerade durchmachen. B*** dich Niedersachsen! B*** dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Das war Nordrhein-Westfalen.